Money, Money, Money von ABBA Die Kaffeetasse Etwas Sinnvolles zu tun und mit Steuern für Gerechtigkeit zu sorgen Gut auf die Praxis vorbereitet zu sein und dabei noch Geld zu verdienen Nein, überhaupt nicht. Kommunikation ist viel wichtiger In drei Jahren eine Ausbildung, ein Studium absolvieren und dabei Geld bekommen? Was für noch mehr? Nein, das darf ich nicht. Aber find es doch heraus. Komm in unser Team